Vom Großmütterchen, das alles wußte Ein russisches Märchen Es war einmal ein Großmütterchen, ein schlaues Köpfchen. Verstand hatte es so viel, dass es ihn hätte verschenken können, und immer wäre noch genug übrig geblieben. Von ihrer Klugheit erfuhr sogar der Schloss her, und er ließ sie in einer goldenen Kutsche holen. Sein goldener Ring mit dem großen Diamanten war ihm nämlich abhanden gekommen, und das Großmütterchen sollte ihn finden. Das Großmütterchen hatte wirklich keine Lust, ins Schloss zu fahren, aber es mußte wohl, wo es der Schlossherr doch befohlen hatte. In der Kutsche begann das Großmütterchen zu beten. Ach, lieber Herr im Himmel, du bist der Kutscher, der alle unsere Schritte leitet, und wir sind deine Diener, und weil du der Kutscher bist und wir deine Diener, so hilf mir aus der Not, wie du deinen Dienern aus der Not hilfst. Der Kutscher auf dem Kutschbock hörte zu, was das Großmütterchen vor sich hin murmelte. Aber er verstand nur immer Kutscher und Diener. Und das jagte ihm einen großen Schreck ein, denn den goldenen Ring hatte nämlich er mit seinem Freund, dem Diener, gestohlen. Schnell hielt er an, sprang vom Kutschbock herunter und flehte das Großmütterchen auf Knien an, ihn nicht zu verraten. Er wolle ja den Ring gern zurückgeben und dem Großmütterchen noch hundert Rubel dazu. Gut, gut, meinte das Großmütterchen, wo hast du denn den Ring versteckt? Er hängt im Pferdestall an einem Haken unter der Decke. So lass ihn dort hängen, gib die hundert Rubel her und lass alles übrige meine Sorge sein. Als das Großmütterchen ins Schloss kam, ließ der Schlossherr es gleich vor sich kommen und sagte, er hätte von ihrer Klugheit gehört und wenn sie seinen Ring fände, wolle er ihr hundert Rubel geben. Das Großmütterchen nickte weise mit dem Kopf, ließ sich erzählen, wann und wie der Ring verschwunden sei und dann tat es, als suche sie im ganzen Schloss. Er schaute sich in Ruhe alles an, denn wann kommt schon mal ein armer Mensch in so ein Schloss? Und schließlich ging es in den Stall, nahm den Ring vom Haken und brachte ihn zum Schlossherrn. Ist er das vielleicht? Ja, das ist er, freute sich der Schlossherr und wollte gleich wissen, wo das Großmütterchen ihn gefunden habe. Gefunden oder nicht, er ist mir selbst nachgerollt, lachte das Großmütterchen. Da fragte der Herr nicht weiter. Er gab dem Großmütterchen hundert Rubel und da es gerade Mittagzeit war, lud er es auch noch zum Essen ein. Das Großmütterchen saß mit gemischten Gefühlen am Tisch, fühlte sich gar nicht wohl in seiner Haut. Der Schlossherr aber war guter Dinge und wollte wissen, ob das Großmütterchen erraten könne, was für einen Vogel der Koch ihnen gebraten habe. Gerade trug der Diener eine zugedeckte Schüssel herein. Da säufzte das Großmütterchen. Das kommt davon, wenn ein einfacher Dorfspatz in ein herrschaftliches Schloss fliegt. Erraten, rief der Schlossherr, es ist wirklich ein gebratener Spatz. Wie hast du das nur erraten? Du hast ja noch nicht einmal den Deckel von der Schüssel gehoben. Dem Großmütterchen fiel ein Stein vom Herzen, aber am liebsten wäre es doch wieder recht schnell in seiner Hütte gewesen. Der Schlossherr wollte es unbedingt mit der Kutsche nach Hause fahren lassen. Er hatte es schon vorher dem Kutscher befohlen, ein halbes Schock angebrüteter Eier unter den Sitz zu stellen. Das Großmütterchen aber wollte nicht in die Kutsche steigen. Seid mir nicht böse, gnädiger Herr, aber eine solche herrschaftliche Fahrt, das ist nichts für mich. Ich würde in der Kutsche sitzen wie eine Glucke auf ihren Eiern, lieber gehe ich zu Fuß. Der Schlossherr konnte sich nicht genug darüber wundern, dass Großmütterchen alles wusste und zudem noch so treffliche Antworten gab.